Ich bin Lena Bussmann, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Wehner. Ich bin seit ungefähr einem Jahr im Tierschutzreiterland aktiv und ich übernehme hier Aufgaben von Gassigehen bis hin zu Putzen, Unterstützung beim Füttern, Tierarztfahrten etc. Weil ich mich einfach gerne zum einen natürlich mit Tieren beschäftige, aber zum anderen auch, weil ich finde, dass es einfach der Allgemeinheit ein bisschen mehr Unterstützung benötigt. Respekt ist für mich eine Art von Toleranz und auch eine Fairness dem anderen gegenüber, mit dem man kommuniziert, mit dem man interagiert und ja, eine Art Akzeptanz auch. Ich würde mir wünschen, dass natürlich vor allem der Respekt auch gegenüber den Tieren weiter gefördert wird, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man auch mit den Tieren fair umgeht und auch auf Haltungsbedingungen, wie schaffe ich mir ein Tier an, dass man da natürlich auch ja, mehr gerecht interagiert. Im Umgang mit Menschen würde ich mir natürlich auch wünschen, dass dem Tierheimpersonal ein bisschen mehr Respekt verschafft wird, gerade dadurch, dass man berücksichtigen muss, dass hier das Tierwohl an erster Stelle steht und nicht immer nur das, was die Menschen sich gerade wünschen und vorstellen.